Ich freue mich, dich zu meiner heutigen Montag-Sendung begrüßen zu dürfen. Es geht heute ums tanzen, weil in Wien, da gibt es ja noch Bälle und deswegen laufen ja gerade in Deutschland Dancing, also Let's Dance und in Österreich Dancing Stars und deswegen habe ich mir heute einen Danzer eingeladen, aber er ist nicht nur Danzer, er ist Choreograf, was sagst du, nicht Tanzsporttrainer? Ballroom Dance Trainer. Und es ist Dirk Heidemann. Kunst und kein Sport. Ja, also Dirk Heidemann und du hast ja in Österreich warst du auch Juror bei Dancing Stars. Genau. Und jetzt läuft es gerade. Was sagst du dazu? Ja, also ich habe es nicht so viel gesehen. Ich habe es mir angeguckt wegen Martina Reuter und ich will da eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen, weil sonst denken die Leute noch, ich bin sauer, weil ich nicht mehr dabei bin. Also es war so der Zeit, wo ich das gemacht habe, 2017, da war das wirklich eine schöne Sendung mit, ja, mit einer sehr nette Atmosphäre, mit sehr netten Sendungsverantwortlichen, ja, die also wirklich sehr, sehr toll zusammengearbeitet haben mit dem ganzen Team, also mit uns Juroren, mit den Tänzern, mit den Promis, die getanzt haben. Das war also immer so eine Family. Und das hat sich dann sehr verändert. Mhm. Und da war es dann nicht mehr so toll und da wurde es ein bisschen abgespeckt, das Orchester ein bisschen abgespeckt. Juroren sind jetzt gar nicht mehr dabei, sondern Tanzschulbesitzer. Ja, also da war ja die Nicole Hansen aus der Schweiz, also eine weltbekannte Tänzerin, die auch mit dem 13-fachen Weltmasse Donny Burns verheiratet war. Also wirklich eine Person, die international ist, ja. Und ich habe auch eine Vita, die man sich anlernen kann. Ja, über die sprechen wir heute. Du hast ja sogar ein Buch geschrieben. Ja, ich habe ein Buch geschrieben, nicht mehr über mein berufliches Leben, sondern auch über andere Dinge. Aber ja, wir sind natürlich alle, wie soll ich sagen, wir haben natürlich alle ein bisschen Geld gekostet, nicht? Weil es ist klar, wir mussten Flugzeug aus Berlin oder aus Zürich, dann Taxi, Hotel. Und da wurde eben dann so ein bisschen eingespart, wo dann mal neue Sendungsverantwortliche kamen. Und dann waren wir da, ohne dass wir nett verabschiedet wurden, so einfach raus. Und das war, fand ich etwas unerzogen und etwas unfreundlich und etwas respektlos uns gegenüber. Und die Nicole hat es ja nur aus der Zeitung erfahren. Also man hat uns da nie angerufen, obwohl wir ja sehr erfolgreich, auch der Klaus Eber Hartinger als Moderator, der ist auch nicht mehr genommen worden. Wir haben das ja sehr erfolgreich gemacht alles. Aber dann gab es eben jemand anders, der wollte das anders machen. Ja, ist ja in Ordnung. Leben ist Veränderung, kann man nichts dagegen tun. Aber Anstand ist Anstand. Und ich bin wohlerzogen, ja, meine ich. Und ich hätte das anders gemacht. Aber ist egal. Wir haben natürlich zu sehr, die Gudrun ist wieder dabei. Und die können dir auch Fragen stellen. Kann man zum Tanzen Fragen stellen? Ja, sicher. Man kann mich fragen nach Tänzen oder nach Rhythmen oder nach Schritten oder nach was auch immer. Also ich bin da für alles offen. Ja, weil ich habe ja auch einmal im Internet gesehen, da warst du in einer Sendung, wo du komplett untalentierten Menschen tanzen beigebracht hast. Deutschlands peinlichste Tänzer. Okay. Das war von einem großen Privatsender in Deutschland. Und das war eine Sendung, die war eigentlich sehr lustig. Die Produktion war schwierig, weil es wirklich dort, es war eine Freakshow. Also es waren Leute dabei, die waren unfassbar. Und die wurden von diesem Sender eben ausgewählt. Und dann ist ein Paar ausgefallen, weil der sich ein Bein gebrochen hat. Den nächsten konnten wir am Direktag nicht erreichen, weil er betrunken hinter dem Sofa lag. Und ich bin mit dem Regisseur dann über den Balkon rüber, um da an der Tür, an dem Fenster zu klopfen. Also es war wirklich eigentlich eine unsägliche Sendung, aber lustig irgendwie. Und die war dann auch ganz toll, wo sie fertig war. Aber dann ging die Produktionsfirma pleite. Also kam die Sendung einmal und danach war Schluss. Ja, das war so Deutschland. Aber ich habe in Deutschland ja auch DSDS gemacht, Deutschland sucht wie ein Superstar als Choreograf. Und habe dann... In welchen Jahren? Das war 2010, 2011, wo das eigentlich mehr darum ging, wie guckst du in die Kamera, wie bewegst du dich, wie machst du, wie tust du. Also wo es schon mehr um Singen ging, als um zehn Tänzer um dich herum, wie das heute auch bei Sängern ist. Also da steht eine Helene Fischer, die hat eine gute Stimme, finde ich, okay. Ansonsten ist sie sehr Mainstream von dem, was sie singt oder nicht Mainstream. Es ist einfach sehr, sehr gleich. Es ist so Disco-Fox. Es ist alles so Disco-Lieder, die klingen alle gleich heute im deutschen Schlager. Ja, aber man kann sie gut mitsingen. Ja, aber das war früher anders. Früher hatte der deutsche Schlager einen anderen Stellenwert, eine andere Qualität. Heute ist da sehr viel Show drum rum, wie beim ESC auch. Da ist die Show wichtig und nicht der Interpret und nicht die Stimme. Und nicht das Lied so wichtig, als doch das, was da draußen rum passiert. Ja, das habe ich auch gemacht. Und dann noch eine sehr schöne Sendung auf einem anderen Sender, Masters of Dance, wo also Breakdance gegen Hip-Hop und gegen Ballroom, was die Regeln hat kein Mensch verstanden. Aber Ballroom ist das denn dieses Standard? Ballroom-Tanzen ist Standard und lateinamerikanische Tänze, also Turniertanzen, gegen Hip-Hop und gegen Breakdance. Und da kann natürlich Ballroom nicht bei Zuschauern im Alter von 13 bis 18 Jahren, die gucken Breakdance und die wirken für sowas. Die hat es kurz vergessen. Und die Regeln habe ich erst am Ende der Sendung verstanden und die anderen glaube ich auch. Also war das Sendung, die dann einmal lief, eine Riesenwerbung und dann kam die nie wieder. Und seitdem gibt es in Deutschland eigentlich gar keine Tanzsendung mehr, weil einfach Tanzen nichts Deutsches ist. Die Leute wollen Gesangswettbewerbe sehen oder so etwas, ja, aber nicht keine Tanzcontests, in welcher Form auch immer, ob das jetzt Breakdance ist oder ob es Ballroomdance ist. Das läuft nicht. Es läuft eben nur Let's Dance und hier in Österreich Dancing Stars, weil es eben da diesen Faktor gibt, dass da eben ein Promi, wobei jetzt die Frage ist manchmal, wer ist eigentlich der Promi? Genau, gerade bei Let's Dance, da kennt man die Tänzer schon alle. Genau, da kennt man die Tänzer. Aber die Teilnehmer kennt man. Aber die Teilnehmer nicht mehr, weil die großen Leute, die am Anfang noch mitgemacht haben oder sich ja haben hinschieben lassen irgendwie. Ich weiß auch in Österreich hat mal Christine Kaufmann mitgemacht zum Beispiel vor Jahren, ja. Das ist ja nun jemand, ne? Und wo ich dabei war, hat die Sonja Melles auch mitgemacht, ja. Das ist ja auch jemand, ne? Ja, das stimmt. Und das ist jetzt eigentlich vorbei, dass ich auch mal, wenn ich die durchgehe, denke ich, kennst du gerade das? Naja, aber unsere gemeinsame Freundin, die Martina Reuter. Na gut, die kenne ich natürlich besser. Deswegen habe ich das ja auch nur gesehen eigentlich, ne? Ja, aber da sind dann Influencer, so Comedians. Influencer interessiert mich gar nicht, das gucke ich überhaupt hier an. Ja, interessiert mich nicht. Das ist auch diese Red Carpet Nummer da, die lehne ich sehr ab. Im Moment, ich gehe nicht mehr gern auf Veranstaltungen mit Red Carpet, wo ich dann eingeladen bin, wo ich dann neben irgendwelchen Influencern stehe, wo ich denke, der ist nun in der oder die sind nur Influencer. Warum bitte, ja? Ja, ich stehe lieber gerne. Ich bin noch aus einer Zeit, ich bin da vielleicht ein bisschen old school, aber bei mir müssen Leute, die im Rampenlicht stehen. Die müssen entweder gut singen, gut tanzen, gut schauspielern, von mir aus gute Politiker, wie auch immer, also Leute sein, die was zu melden haben, die was können. Ja, und heute musst du nur irgendwie dein Körper so hingespritzt und gesaugt und gemodelt, wie es sein muss und die Nase muss so sein und die Lippen müssen so sein, dann bist du ein Influencer. Und das finde ich eigentlich ganz gruselig, diese Entwicklung, die ist so oberflächlich und auch nicht gut, für die Jugend überhaupt nicht gut, gar nicht gut, weil die denken und glauben, dass man so sein muss und sonst bist du nichts wert. Ich finde das also gesellschaftspolitisch auch ein Thema. Ich hoffe, dass das irgendwann mal abeppt, aber ich glaube nicht, weil das wird weiter so gehen und jetzt haben wir ja die KI, also Künstliche Intelligenz, KI, ist ja auch was Neues. Ja, und da ist es natürlich auch so, dass das vielleicht noch künstlicher wird. Ich war jetzt in Amerika gerade, habe da gearbeitet, im Februar, in New York und auch in Hartford, Connecticut und in Toronto, in Kanada rüber mal kurz. Und in Amerika ist es so, dass wirklich diese Masken, die man sich bei Instagram da aufs Gesicht packen kann und man sieht dann aus wie 17,5 irgendwie, obwohl man ein paar Jahre älter ist, das haben alle Moderatoren und Moderatorinnen, haben das in jeder Sendung auf dem Gesicht. Das heißt, sie sehen gar nicht mehr aus wie echte Menschen in Amerika, die sehen alle aus, diese Filter, wie, ich sage jetzt Filter oder Masken, Filter, wie die Filter, die du bei den Social Media hast, die du dir auf dein Foto packen kannst. Also die Gudrun schreibt, sie ist ganz deiner Meinung. Ja, genau. Sie ist ganz bei dir. Richtig, na, das ist schön. Gudrun hat das geschrieben. Ja, die Gudrun. Die Uschi hat uns Herzchen geschrieben, das ist ja wirklich, furchtbar, schreibt sie die Welt, wie sie sich entwickelt, die Gudrun. Richtig. Und ja, in Amerika, wie gesagt, ist das so, dass die wirklich, ich habe da Fernsehnachrichten, da saß eine Frau, die war bestimmt schon ein bisschen älter, man konnte aber nicht sagen, wie alt die ist, weil das Gesicht war wie eine Comicfigur. Wie eine Comicfigur. Aber die haben dann schon die Kameras danach. Nein, nein, die haben so Filter drauf. Filter drauf. Wie wir das kennen, diese Filter, die man hat auf den Social Media. Auf den Handys. Genau, da kannst du dich schminken und kannst da alles wegmachen. Aber im Fernsehen auch. Und das haben die in Amerika in jeder Nachrichtensendung. Ob das Nachrichten sind, ob das irgendein Magazin ist, ob das irgendwas ist, Frühstücksfernsehen, da sitzen die und sehen alle aus. Aber Dirk, wir bleiben dann ewig jung, oder? Ja, wir bleiben ewig jung. Wir bleiben ewig jung, das ist auch gut. So einen kleinen Filter mal nehmen für irgendwas. Nein, nur warum denn nicht? Und warum nicht mal was retuschiert, wo du da einen Pickel hast oder irgendwas, finde ich auch okay. Aber das in Amerika ist das so heftig. Ich sage dir, in Deutschland gibt es das auch bei DSDS, denn der, wie heißt der schnell, der Dieter Bohlen, der schaut ja immer ganz glatt aus. Und dann sieht man die um 40, 50 Jahre Jüngeren und die haben feiert. Ja, aber der ist ja auch gemacht. Also erst mal ist der gemacht und dann hat der auch gerade eine Werbung laufend im Fernsehen in Deutschland, habe ich gesehen durch Zufall mal. Ich gucke noch nicht so viel fern, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber wenn ich dann mal zu Hause bin, dann mache ich das Ding schon an. Und da habe ich eine Werbung laufend und da war aber der Filter drauf. Genau diesen Filter, das ist der amerikanische Filter. Der sieht da aus wie 20. Genau. Unglaublich. Und bei DSDS auch. Ja, da ist der auch immer. Läuft das jetzt gerade? Das ist jetzt zu Ende, aber war jetzt. Ich habe das wirklich mitgekriegt. Also ich gucke ja so eine Sendung nicht. Ich gucke auch nicht Let's Dance, weil ich kenne die ja alle. Ich habe ja mit denen... Du hast die ja sogar trainiert. Was heißt, ich habe mit denen gearbeitet. Ich war der Trainer von denen. Bei ganz vielen, bei den meisten. Auch mit Wadi und Katrin. Mit denen habe ich sehr viel gearbeitet. Die sind ja dann von Österreich nur leider nach Deutschland gekommen. Dann abgehauen. Wird auch einen Grund haben, warum. Nicht? Ja? So. Und das sind einfach... Man kann gar nicht... Man kann nicht sagen, dass Österreich jetzt so schlechte Tänze hat. Das kann man nicht sagen. Ja, die gehen halt dann nach Deutschland. Das kann man nicht sagen. Nein, auch jetzt kann man das nicht sagen. Aber es ist einfach so, dass Deutschland hat eben mehr, und das meine ich jetzt nicht negativ, russischstämmige, ukrainischstämmige, wie Vadim Gabuzov, der aus Österreich dann nach Deutschland gegangen ist in die Sendung, rumänischstämmige, ja, also osteuropäische Tänzer. Und osteuropäische Tänzer, da rätselt die Trainerschaft, also wirklich die hohe Trainerschaft in der ganzen Welt, rätselt und sagt, die Russen, die, ich kann das heute mit der Ukraine gar nicht mehr in einem Atemzug nennen, möchte ich das auch nicht, ich sage mal lieber die Osteuropäer, ja, also auch Bulgaren wie der wunderbare Dimitar Stefanin, der tanzt für, äh, bei Dancing Stars, äh, der wunderbar, ein wunderbarer Tänzer ist und ein, ein Typ ist, der könnte, äh, der könnte, der könnte, der ist für Höheres geboren, also als der jetzt, der Dancing Stars so machen, der könnte, äh, Fred Astaire in Filmen darstellen. Glaubst du, könnte mir der, wenn ich vielleicht zu Dancing Stars kommen würde? Wenn du kommst, ja. Ja, könnte, könnte ich da das lernen dann noch, weil ich bin ganz, total unterliegt. Naja, das muss man auch gucken, ich habe mit dir noch nie getanzt, meine Liebe, das können wir ja mal probieren. Wir können das ja in der Sendung probieren, aber wir können das auch nach der Sonne probieren. Ey, das Schlimme ist, ich lasse mich so schwer führen. Ja, da, da hast du bei mir keine Chance. Pass mal auf, ich wollte dir nochmal sagen, das war schon zu, wenn du in die 20er Jahre gehst, da gab es den Nijinsky, dann kam der Norejev, dann kam Baryshnikov, die besten Balletttänzer der Welt. Alles Osteuropäer, in dem Fall Russische. Die Tanzen, die Osteuropäer sind einfach tanzende Länder, die haben eine andere Eleganz, die haben eine andere Anmut, die haben andere Körper, die haben ein anderes Selbstbewusstsein. Ja, die sind einfach anders. Du kannst genau sehen, wer ist ein Osteuropäer bei den Tänzern und wer ist ein Deutscher oder Österreicher oder so. Und auch in Deutschland ist Let's Dance, da ist ein Deutscher, glaube ich, der Rest sind alles Osteuropäer. Ich weiß gar nicht. Dieses Jahr schon. Und Italiener. Ja, die Italiener auch. Können auch gut tanzen. Die sind auch gut. Osteuropa und Italien sind im Moment die führenden Länder. Und die Spanier? Die Spanier, da gibt es nicht so viel. Okay. Die Spanier, die Griechen? Gar nicht. Griechen und Spanier, die sind zu faul. Die haben nicht die Disziplin. Die Italiener sind fleißiger. Also nichts gegen Spanier. Kamera, nichts gegen Spanier. Aber ich kenne Spanier, ich habe da auch viel gearbeitet. Barcelona und überall. Die sind, da gibt es nicht so viel. Ich denke mir, beim Tango. Den ist das zu heiß. Also, wenn die Tango tanzen. Tango tanzen in Argentinien. Ach so. Man sieht schon den Kämpfer überhaupt wieder. In Spanien tanzen Passo Doble. Das ist auch ein Tanz der Lateinamerikanischen Tänze in der Disziplin. Die Bernadette schreibt, der Mann gefällt mir. Er hat seinen natürlichen Verstand in dieser verrückten Welt behalten. Ja. Vielen Dank. Ich versuche es, ja. Ja. Und wenn wir jetzt gerade so ein kurzes Break haben, möchte ich euch natürlich sagen, der Dirk trägt ja auch von mir Armbänder. Ja, eben eines für entgiften Entschlacken und das andere für ewig Junge. Und ich trage sie, solange wir uns kennen. Das stimmt. Und habe sie nicht einmal abgemacht. Ja, genau. Man muss sie auch nicht abnehmen. Nein, nein, nein. Also, ich habe sie aber irgendwie immer gedacht, nö, lässt sie mal dran. Und mir geht es ja damit irgendwie gut. Ja, und nur deswegen gibt es heute eben eine Armbandaktion. Also egal, welches Armband, ist wirklich egal, gibt es heute minus 25 Prozent. Nicht nur heute, sondern bis am Samstag um 19 Uhr. Und der Code ist, weil wir ja den lieben Dirk hier haben, ist der Code Dirk23. Und wenn du den in deinen Wagenkorb gibst, dann kriegst du alle Armbänder von heute an, von jetzt an, bis am Samstag um 19 Uhr minus 25 Prozent. Versandkostenfrei noch dazu. Ja, zu Ehren dir. Ja, und Dirk23 finde ich ganz toll. Hört sich gut an. Dabei bleiben wir mal jetzt. Ja, dabei bleiben wir. Den gibt es jetzt. Ja, aber Haltung ist ja etwas ganz Wichtiges beim Tanzen, oder? Haltung meinst du jetzt fürs Tanzen oder generell eine Haltung als Mensch? Also für mich gehört Haltung auch zur Unterhaltung. Ja. Zum Beispiel, ja, also eine Haltung, das heißt ein Statement, eine Position vertreten, die vertrete ich. Also ich habe Haltung, also Rückgrat. Rückgrat, genau. Ja, Rückgrat. Und Haltung ist fürs Tanzen natürlich. Du bist ja ein Wetter, hast du erst vor ein paar Tagen Geburtstag. Mehrwetter, mehrwetter geht gar nicht. Also sehr mit dem Kopf durch die Wand. Ja, ein Hörnelfiech, ne? Dacht man in Österreich, Hörnelfiech. Kann man sagen, ja. Hörnelfiech, haben die mir erzählt. Ja, ja. Und mit dem Kopf durch die Wand. Aber sehr ehrlich, aber manchmal auch ein bisschen undiplomatisch. Manchmal, ja. Die Gudrun schreibt schon wieder was, was sehr interessant ist, wo wir da auch anküpfen können. Meine Mama hatte eine Balletttrainerin aus Weißrussland und wenn das Blut in den Ballettschuhen kam, wurde trotzdem weitergebrannt. Richtig. Das ist so süße Disziplin. Und die haben zu Sowjetzeiten, haben mir viele Turniertänzer erzählt. Ja. Die haben, die Tänzer haben, also damals nach der Wende, wo die rüberkamen, die haben mir erzählt, da in Moskau oder wo auch immer, oder in anderen Städten oder vielleicht auch in anderen Ländern, der damaligen Sowjetunion, die haben trainiert. Und wenn die Füße geblutet haben oder einer auf den Schuh getreten ist und die haben geblutet, dann haben die mit Wodka, wurde das desinfiziert und dann wurde weitergemacht. Ja. Also und das haben die dann auch in Deutschland auch gemacht mit Wodka. Immer eine Flasche Wodka, da war ich jetzt nicht mehr, war damals zur Wende, ne? Also Anfang der 90er. Ja, und die haben immer mit Wodka dann die Wunden entsprechend desinfiziert. Ja, ja. So war das damals. Aber schon hart im Nehmen, ne? Hart im Nehmen, ja. Und auch fleißig und auch sehr, die Eltern stehen natürlich dahinter und das ist in manchen Fällen sehr schön. In manchen Fällen war das auch oft sehr unschön. Also die haben natürlich auch schon diesen Rassia, 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 weißt du? Diesen sehr, sehr selbstbewussten Anspruch an sich selbst und an ihr Land und an alles. Und was jetzt läuft, politisch, ist ja ein bisschen ähnlich, nicht? Dass man also denkt, man ist so die Nation, die jetzt da so toll ist, die jetzt da so eine andere Nation mal eben wegkicken kann, ne? Die Gudrun wünscht dir nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank, Gudrun. Und die Veronika fragt dich, was wäre denn ein Tipp, um fit und beweglich zu bleiben? Also erstmal ist wichtig, dass man viel, man sollte viel laufen, also spazieren gehen, Treppensteigen ist gut. Und dann ist gut Stretching, Dehnungen. Es gibt also Übungen des Stretchings, Yoga, ja. Also für die Bewegung Stretching sehr wichtig und Yoga ist Stretching oder hat viele Elemente vom Stretching. Und für die Bewegung ist also Stretching wichtig und sicherlich darauf achten, dass man eben immer gerade sitzt. Also das, man kann, es gibt Leute, die sind, Frauen, die sind, oder auch Männer, aber auch Frauen vor allen Dingen, die sind, also eben haben hier was unterspritzt und da was gemacht und da was getan und hier was getan, aber sie haben eine burglige Haltung. Und eine krumme Haltung macht, da kann das glatt, das Gesicht so glatt sein, wie du möchtest. Das macht immer alt. Ja, also Haltung ist wirklich wichtig, nicht nur im Bereich dessen, dass du ein Rückgrat hast, so als Mensch, ja, in deinem menschlichen Sein. Spiegelig, ja auch wieder. Sondern auch in deiner Haltung, ne, Körperhaltung. Die Veronika schreibt noch, als Kind übten wir mit einem Buch auf den Kopf zu laufen, ohne dass es herunterfällt. Richtig. Macht mir beim Tanzen auch so. Ja, oder so ein kleines Säckchen mit so Metallscher-Dings drin. Ja, kann man machen, ja. Also ihr habt da ein Video gesehen, wo du das, glaube ich, so... Ja, da hattest du so kleine Säckchen, die waren gefüllt mit so Bleikugeln, ja, und die mussten die auf dem Kopf haben, ja. Aber das war natürlich so eine Scherz-Sendung, diese Deutschlands peinlichste Tänzer. Und da habe ich diese Dinger gehabt, haben wir gesagt, machen wir mal den Gag drauf und nehmen die da mal mit, ne. Die lernen trotzdem nicht tanzen. Aber das kann man machen. Aber wer hat nur Zeit mit einem Buch? Guck mal, du kannst ja, wenn du zu Hause bist, dann machst du ja meistens was. Ja, meistens mit so einem Computer. Durch die Wohnung und du bist immer gerade und hast ein Buch auf dem Kopf, geht ja nicht. Und auf der Straße kannst du nicht mit einem Buch über die Straße gehen, also ein bisschen schlecht. Ja. Also es ist besser, wenn man einfach immer gerade geht und, wie gesagt, Stretching ist wichtig. Du warst ja sehr viel in Asien oder bist das noch immer. Da wird ja Daichi gemacht, das sagt dir Andrea. Ja. Ist auch gut, oder? Ja, habe ich keine Ahnung von. Ach so. Keine Ahnung. Gibt es ja, gibt es alles, habe ich auch mal gesehen irgendwie. Aber ich bin, wenn ich in Asien bin, arbeite ich sehr viel. Ja, also ich war in China sehr viel, jetzt im Moment nicht, auch geht aus politischen Gründen, kann ich mir das auch gar nicht mehr vorstellen. Aber Taiwan eben und auch Korea und also Südkorea und da bin ich eigentlich dann arbeiten gegangen und gut essen gegangen, weil ich eben die Asiaten, die chinesische oder auch koreanische Küche isst wie die chinesische eigentlich, bloß die ist so scharf, dass der, also du Feuer spuckst anschließend, aber ich liebe es. Das ist so scharf, richtig scharf. Wie bist du eigentlich zum Tanzen gekommen? Ich habe bei meinen Eltern, ich habe immer gern getanzt und ich mochte immer die Fernsehballetts bei den großen Fernsehshows, so weißt du, diese, wenn man das jetzt sieht, wie sehr lecherlich, dass die da getanzt haben. Ja, ich wollte immer die Kleider haben. Ich habe das immer nachgemacht und so und dann habe ich immer vorgetanzt im Schlafanzug bei meinen Eltern, habe ich auch ein Buch geschrieben. Wir haben meine Eltern eine Party gegeben, also mit Freunden am Kaminzimmer und da habe ich da auch ein Procati im Schlafanzug mit sechs, sieben, acht Jahren da irgend so ein Beat, es war damals Beat, war der angesagte Tanz. Und das habe ich mir dann vom Fernsehen abgeguckt und dann habe ich da was vorgetanzt, nach irgendeinem neuen Song irgendwie und dann haben sie geklatscht und das habe ich schon geliebt, wenn die alle geklatschen haben. Also Applaus habe ich schon gemocht. Ich stand schon gerne im Mittelpunkt, das muss man sagen. Und dann bin ich glücklich und beseelt ins Bett gegangen, ja. Und dann hat meine Mutter gesagt, so der Junge muss in die Tanzschule, so und dann bin ich in die Tanzschule. Hat sie gut erkannt, die Mama. Ja, und da ging es dann los. Da ging es dann richtig erfolgreich los. Und das hat richtig gleich Spaß gemacht. Gleich. Und ich wollte gleich Tanzlehrer werden und bin es dann noch geworden, also sogar Tanzsporttrainer, also noch weiter und wollte aber eigentlich immer eine Tanzschule haben. Das hat nie so, ich hatte einen in Amerika, dann kam Covid, hatte einen mit meinem Bruder, wir haben uns aber nicht verstanden und ich bin immer wieder von dieser Tanzschule weggekommen zum Tanz, zum Ballroom Dance, also zum Wettbewerb. Und dann jetzt eben auch seit den 2000er Jahren dann eben auch Fernsehen viel. Und das nicht nur in Deutschland, in Österreich, sondern eben auch in China und auch in Kanada. Also weltweit. Also auf YouTube, da kannst du einen riesen Tanzsport-Ballroom on stage, also eine riesen Tanzshow sehen, zwei Stunden lang auf YouTube von mir choreografiert, 2001 in Peking, im Polytheater. Und in Kanada habe ich ein ganzes Turnier moderiert, im Fernsehen, live in Englisch. Und ja, also in mehreren Ländern, in Ukraine auch, Ukraine habe ich auch. Und wie hat sich das entwickelt, also du warst mal als Kind in der Tanzschule? Ich war in der Tanzschule, dann war ich deutscher Schülermeister, dann war ich deutscher Meister in der A-Klasse, dann war ich in der S-Klasse, dann bin ich sehr früh Profi geworden. Ja, aber ich musste mich entscheiden, was machst du denn jetzt? Studierst du jetzt oder wirst du das? Nö, nicht studieren, machst du das? Habe ja auch noch Turnier getanzt. Und dann habe ich es nebenbei gemodelt, weil ich sah mal ganz gut aus. Ja, dust du doch mal wieder. Und die Reste sieht das Publikum hier heute. Ich weiß ja nicht, wie es gefällt. Aber es gibt ganz schöne Fotos, auch in meinem Buch von mir. Ja, und da hat die Barbara fragt, also erstens mal alles Gute zum Geburtstag, vom Wider zum Wider. Das ist auch ein Wider. Und wo bekommt man dein Buch, in Deutschland und in Österreich? Das kriegst du immer, also du, das ist vom Morava Verlag, ja, aber das gibt es bei Thalia, das gibt es bei Amazon, das gibt es bei jedem Vertrieb, überall. Man muss nur den Titel, da ist er, eingeben und dann bei Amazon gibt es das auf jeden Fall. Und ich muss dazu sagen, ich habe das Buch ja und ich habe es voriges Jahr im Sommerurlaub mitgenommen mit meiner Mama. Und wir haben uns wirklich darum gestritten, wer von uns beiden wieder lesen darf. Wir haben es abwechselnd am Strand gelesen, weil es so unterhaltend ist. Es ist so lustig. Man liest es und man muss die ganze Zeit schmunzeln und lachen, weil du ja schon eine, ja, sehr gute Ausdrucksweise hast und sehr unterhaltend auch. Also auch wenn es manchmal vielleicht frech ist, manchmal böse, man muss lachen. Na, böse ist es nicht. Naja, so. Und einige Leute, wo ich es mal wollte, die haben auch so eine mitgekriegt da drin, aber ansonsten bin ich, ich lache auch gern, ich habe, wenn ich eine gute Fähigkeit habe, ich bin niemand, der jetzt über seine guten Fähigkeiten da jetzt referieren will, aber ich bin jemand, der kann über sich selber lachen. Also ich kann über mich selber lachen. Und ich denke manchmal, Heidemann, was hast du da eigentlich nun wieder gemacht? Als Kind hast du schon in so einem Kinderwagen gelacht und hast die Leute unterhalten. Das sowieso. Aber ich kann eben auch, wenn ich jetzt über meine Geschichten schreibe, auch über Dinge schreiben, wo ich sage, mein Gott, was war das eigentlich? Also ich nehme mich da selber ein bisschen auf den Arm manchmal. Und dann natürlich sind auch traurige Sachen drin. Aber ich habe natürlich aber auch sehr, sehr lustige Sachen erlebt. Wirklich. In China sehr lustige Sachen. Und in Berlin, in West-Berlin damals zu den Zeiten und so. Also ich habe schon eine Menge erlebt, Sachen, die eben schon sehr lustig sind. Und du hast ja bei einer Tanzschule gelernt, wo dich die Dame, die Besitzerin oder so auch sehr gefördert hat. Ja, das war Medi Keller. Das ist Tanzschule Keller in Berlin. Und die Tanzschule Keller gibt es ja immer noch. Das ist eine Traditions-Tanzschule, gibt es über 100 Jahre. Und wurde dann natürlich im Krieg zugemacht, im Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Krieg hat das dann Richard und Medi Keller, die haben das dann wieder aufgebaut. Hatten nachher drei Riesenschulen um den Kudamm herum. Ganz tolle Tanzschulen, ganz schick. Und Berlin war also quasi unterkellert. Und man ist, und heute ist es wieder so, weil jetzt macht sie die Tochter von der Tochter, also es geht weiter in der Generation. Carola und Sebastian Keller, die machen das jetzt. Und das ist jetzt quasi, ist die Tanzschule, man geht zu Keller, sagen wir mal so in Berlin. Okay. Und die Medi Keller, das war eine Diva, das war eine so tolle Frau, die mich so begeistert hat als Kind. Ja, also die, ich kam da hoch und sie, sie hatte die Haare so locker und hatte ein Riesen-Brilliant-Ring und sie trug schwarze Wildleder-Schuhe mit gläsernen Absätzen. Oh. Das fand ich ja so toll. Also meine Mutter war auch schick. Ja, aber so schick nicht. Also die war nun noch mehr. Und sie war natürlich mit allen Fehlern auch, wie sie war. Ich kannte, wir waren ja bis zu ihrem Tod dann sehr eng, ja. Aber es ist auch schön für die, wenn sie dich als Kind kennengelernt hat und diese Freundschaft ein Leben lang gereizt hat. Ja klar, es war dann auch mal wieder ein bisschen weniger und dann, aber am Schluss kamen wir also wieder zusammen sehr eng, ja. Und ja, die hat mich sehr geprägt, Medi Keller. In vielen Dingen hat die mich geprägt. Und ich habe neulich mal gerade so darüber nachgedacht, da hatte sie dann, wo sie so um die 50 war oder Mitte 50, da hatte dann ihr Mann, der schon Mitte 60 war oder Mitte 70 oder was, glaube ich, der hatte dann eine jüngere Freundin sich da geholt aus dem Tanzkursus, ja. Und der Herr Keller, der Richard Keller, den hat sie dann gesiezt, sie hat dann, ich war neun Jahre alt, ich habe das mitgekriegt zu der Zeit und dann sagte sie Herr Keller, nur noch Herr Keller, sagte man nur noch Herr Keller. Das war für sie so, fand ich irgendwie cool. Ja, und seitdem habe ich auch wirklich, das habe ich auch gemacht, dass ich Leuten, die ich, die mir wirklich so mal eine, ja, die mir was, was gemacht haben, was nicht in Ordnung war, wo ich denke, da muss ich jetzt mal ein bisschen, na, die müssen mal wissen, wo sie eigentlich hingehören. Und da habe ich mir das Du verbeten, obwohl ich, also aberkannt, ich habe dann um das förmliche Sie gebeten und nicht mehr um das persönliche Du. Da bin ich knallhart, ich hoffe, dass wir in dieser Sendung nicht so enden. Da bin ich mir ganz sicher, das passiert nicht. Ja, wir bekommen ganz viele Schreiben, also tolle Sendung und auch die Usche schreibt, ihr erster Tanz hat sie mit Rollschuhen gemacht. Ihren ersten Tanz? Ja, mit Rollschuhen. Das war mal Ende der 70er modern, auch in, kommt das von Amerika auch, Rollschuhdiscos. Es gab auch eine in Berlin, die lief dann zwei Jahre, da war sie pleite, Diskomusik, aber auch Rollschuhen. Kannst du Rollschuhen fangen? Nein, das ist mir auch zu gefährlich, ich mache sowas, ich habe nie Ski, Ski sowieso nicht, ich bin mir viel zu kalt draußen, oh mein Gott, das wäre nett. Und diese Skischuhe und dieses Skistiefel und dieser ganze Kram, da ist er gar nicht, überhaupt nicht. Und ich habe auch immer Angst gehabt, dass ich mir was breche, wegen dem Tanzen, ne, also und Rollschuhen laufen, da kannst du dir schon eher mal den Fuß da mal knicken. Ja, Rollschuhen fahren würde ich, ich freue mich auch nicht Eislaufen rollen. Ich habe Eislaufen gemacht, ein bisschen, bevor ich tanzte mit fünf, sechs, zehn Jahren. Und Skifahren, nö, also Skifahren kannst du mir schenken. Ich muss, ich muss in die Sonne, ich brauche mehr, ich bin ein Sommermensch, ich brauche mehr, ich brauche Palmen, ich brauche einen Sonnenuntergang am Meer mit einem netten Drink, das ist das Schönste für mich. Ja, und ich muss nicht im Schnee, in der Schneehütte, da gibt es aber auch Drinks. Ja, nee, nee, muss ich nicht. Ja, ja, jeder hat das Ende. Genau. Also ich möchte nur noch mal darauf aufmerksam machen, falls du gerade jetzt eingeschaltet hast, es gibt heute wieder einen Code, und zwar, weil wir beide Armbänder tragen, der Dirk auch schon lange, seit er mich kennt. Wir kennen uns jetzt knapp zwei Jahre. Und weil es um Armbänder auch ein bisschen geht und weil die große Unterstützer sein können, gibt es heute auf alle Armbänder, also nicht nur auf Hellstinne, sondern auf alle Armbänder, gibt es minus 25 Prozent bis am Samstag um 19 Uhr. Und weil der Dirk hier ist, mit dem Code Dirk23, da gibt es minus 25 Prozent und auch versandkostenfrei bis am Samstag um 19 Uhr. Ja. Gut, und Dirk23 halten wir schon mal fest. Ist ein gutes Eichel gewesen, oder? Finde ich ganz toll. Hat da mit deiner Karriere als Tanztrainer begonnen oder wann hat das begonnen? Ich habe dann begonnen, ich habe dann getanzt, bin Profi geworden mit 18, habe dann Profi getanzt und dann haben die mich aber nicht so gewertet, weil ich ja damals immer schon sehr modern war und anders war, als die anderen getanzt habe. Und dann habe ich viel Lust mehr, dann habe ich gemodelt, dann war ich in New York, dann war ich in London, dann war ich in Paris. Und dann habe ich irgendwann, dann habe ich als Trainer Karriere gemacht, also habe sehr gute Paare gebastelt, so in Deutschland und dann auch in Spanien und so weiter. Und dann habe ich mit meiner Tänzerin, eine gute Freundin von mir, Janett Moller, die haben gesagt, so wir fangen jetzt einfach wieder an, wir machen einfach jetzt mal eine Show, machen mal Showdance, Cure, Cure, nur Cure. Und machen mal eine Show und da sind wir auf Anhieb ohne politische Hintergründe, ohne einen Trainer, der politisch für uns gearbeitet hat. Wir sind zur Deutschen gegangen und sind zack, gleich Dritte hinter der Weltspitze geworden, bei der Deutschen Meisterschaft. Und dann nächstes Jahr darauf Zweite und dann qualifiziert zur WM und sind dann, das läuft noch auf YouTube, mit der La Baker is back, also mit der Tribute to Josephine Baker, ist die mit dem Bananenrock, ne? Sind wir dann Finalisten, sind wir Fünfte geworden und waren Finalisten der Profi-Weltmeisterschaft. Und dann habe ich wieder aufgehört. Also ich war nie so einer, der dann da diesen ganzen Kampf mit den, diese Politik mit den Wertungsrichtern, dass du also bei damals in England bei jedem Trainer, heute nicht mehr in England so sehr, sondern woanders, Stunden nehmen musst, Unterricht nehmen musst, damit die dich gut werten und so. Das ist also ein Tanzsport, deswegen sage ich auch so ungern Sport, sage ich lieber Ballroom Dance, ist ein Geschäft, das ist eine Geldmaschine, ja, wo also viele Leute Geld machen, die gar nicht so gute Trainer sind oder Lehrer sind, die bloß eine Wertungsrichter-Lizenz haben. Ach so. Ja, und das ist im Tanzen so. Im Eislauf geht das nicht. Im Eislauf kannst du nur Trainer oder Wertungsrichter sein, aber im Tanzen kannst du beides sein. Und da ist natürlich dem freien Handel, sind da Türen und Tore geöffnet, wenn du da dann eben doch drei Paare hast, die dir jeden Monat da Geld einbringen, na, die wertest du doch gut dann beim Turnier, ne? Na, die Welt ist bestechlich. Genau. Nicht nur in Italien, oder? Genau. Und das war mir dann irgendwie zu viel. Und dann habe ich da wieder aufgehört und dann bin ich selber in diese Maschinerie eigentlich reingekommen, des Wertens und dieser Camps, wo also Leute eingeladen werden, Trainer weltweit, die eben, ja, oftmals gar nicht mal so gut sind, aber eben eine Wertungsrichter-Lizenz haben. Deswegen nimmt man dann eine Stunde und legt das Geld auf den Tisch. Und das hast du nicht? Das habe ich dann auch mitgemacht, das Spielchen. Okay. Bis ich dann irgendwann die Nase voll hatte. Als Trainer habe ich es mitgemacht. Okay, aber nicht als Wertungsrichter? Nein, doch als Wertungsrichter. Als Trainer und Ernstrichter. Also ich habe dieses Spielchen mitgespielt mit den Camps. Okay. Ja, dass ich anderen Trainern geholfen habe in der Wertung, weil der hat ja wieder Paare zu mir geschickt und so weiter. Es war ein Geschäftsmodell. Okay. Und nachher wurde es mir zu viel, ja, so vor 2000 rum. Und da habe ich mir gesagt, nicht 2000, 2020. Und da habe ich mir gesagt, nicht Schluss. Und habe meine internationale Lizenz abgegeben und mache jetzt nur noch, so gesagt, Wohlfühltermine. Ich war ja auch Verbandstrainer in Deutschland. Ich war Bundesjugendtrainer 15 Jahre. Ich bin Nationaltrainer von Ecuador gewesen. Ich war Professor für Tanzsport. Wie wird man das? Ecuador? In dem man berufen wird. Okay. So, ich bin da eingeladen worden. Die fanden es toll und haben mich dann berufen. Ich war Professor in der Sportuniversität von Zhengzhou in China für Tanzsport. Und ich habe da auch einen Orden hier kriegt in China für Frieden und Völkerfreundschaft. Ja, so ein Teil. Steht das zu Hause? Bitte? Steht das zu Hause? Der ist, den haben die mir aus Amerika rübergeschickt. Und der ist dabei, wo ich von Amerika wieder nach Deutschland gezogen bin. Und der ist dabei kaputt gegangen. Also der ist da, aber der ist ein Einzelteil. Also der müsste mal irgendwie repariert werden. Zusammengegeben. Ja, wieder. Nee, nee. Also ich mache das jetzt nur noch so, wie Angela Merkel so sagt, so Wohlfühltermine. Ja, so was mache ich jetzt noch. Und möchte mich eigentlich so aus dem anderen, so richtig den ganz knallharten internationalen Geschäft. Ich habe es 45 Jahre gemacht. Aber du tanzt noch immer gerne, oder? Ja, immer noch. Ich trainiere auch gerne noch. Aber es muss ja nicht jeden Tag sein. Und aus diesem ganz harten, knallharten Business, Tanz-Business, ja, es ist ein Geschäft, ja, habe ich mich da mehr oder weniger ein bisschen zurückgezogen. So, ich mache nur das, was Spaß macht. Ich war jetzt in Taiwan, das war toll. Und da war ich in New York und so. Und dann treffe ich Freunde, dann gehen wir in New York mit Inna Breyer, Freundin von mir. Da gehe ich immer, ist immer, gehen wir immer zu Bergdorf Goodman, essen dann zum Brunch oder zum Lunch. Ist das schon eine Szene, die die ganze Welt, in der ganzen Welt verbunden ist? Ja, das ist schon, zumindest in der westlichen und auch östlichen Welt, natürlich nicht in der afrikanischen Welt und schon gar nicht in der arabischen Welt. In der arabischen Welt, in der Türkei gibt es ganz gering, aber in der arabischen Welt gibt es das überhaupt nicht. Und in Afrika gibt es in Südamerika, Südafrika, Entschuldigung, ein bisschen, aber nicht in ganz Afrika. Und dann in Arabien ist es unmöglich, ein Mädchen mit einem kurzen Rock da und, und, also wie das ist. Der Martin fragt eben auch, ob du auch privat tanzt. Ob ich privat tanze? Ja. Wie jetzt noch selber? Ja. Nee. Nein. Genug davon. Genug davon. Ich tanze ja dauernd, wenn ich unterrichte, tanze ja vor. Ja, dann zeige ich das. Aber wenn du jetzt, du hast mir mal erzählt, weil ich, da haben wir darüber gesprochen, habe ich gesagt, ich gehe am Opernball. Ja. Und dann hast du gesagt, dass in Österreich ja überhaupt das einzige Land ist, wo so viele Bälle und so gibt. Ja, in Berlin gab es früher Bälle. Da war ich ja als Kind, da gab es den Presseball, da gab es den Fleischerball, da gab es den Taxifahrerball, Blumengroßhändlerball, was auch immer. Das gibt es bei uns noch immer. Ball, 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 ball. Und in Berlin nicht. Und in Berlin nicht. Und jetzt sind die Taxifahrer arabisch oder, also muslimischer Natur. Ist ja nichts gegen zu sagen, sind ja nette Leute, aber die gehen nicht auf Bälle. Okay. Versteht, die tanzen anders. Ich glaube, einen Taxifahrerball gibt es bei uns auch nicht, aber Zuckerbäckerball. Ja, die Zuckerbäckerball genau selbe, der Blumengroßhändlerball genau selbe, Presseball gibt es noch, der Bundespresseball, Fleischerball macht nicht mehr. Und die machen alle, die Räume sind zu teuer, die Orchester sind zu teuer, ja, die Kapellen, das ist alles zu teuer. Und die machen alle, die wollen alle eher von ihren Berufsinnungen, ja, wenn die Feste haben. Dann gehen die in so ein Musical oder in irgendeine Show und gucken sich das an. Also dann wäre aber eigentlich Österreich ein Land, weil da gibt es viele Bälle. Das ist ein Land der vielen Bälle. Und Dresden gibt es einen Opernball, der ist auch sehr schön, aber Dresden ist auch sehr konservativ noch. Berlin ist natürlich moderner. Und in Berlin gibt es, glaube ich, auch einen Opernball, aber so klar. Ja, einen Ball, da brauchen wir nicht drüber reden. Der größte Ball, den es gibt, ist, glaube ich, der von Tanzschule Keller in Berlin. Okay. Die machen ein paar leeren Punkte, wenn man einen Frühjahrsball oder einen Sommerball und dann noch im Herbst ein, die machen noch richtig große Bälle, ja. Aber Deutschland ist bei weitem nicht so affin für Bälle. Deutschland ist kein tanzender Nation. Ihr habt immer einen Wiener Walzer. Wir haben ja gar nichts. Wir haben vielleicht einen Rheinländer. So Polka ist aus Tschechien, Tango ist aus Argentinien. Aber ihr habt ja einen Tanz, der wirklich euer Nationaltanz ist. Ja. Nicht? Obwohl, außer Katrin und Wadim, Wadim Gabusow und Katrin Menzinger, die wirklich ja fünfmal Weltmeister wurden. Jetzt aber aus eigenen Kräften nicht durch den österreichischen Verband, sondern weil sie wirklich, die haben mit ausländischen Trainern trainiert. Unter anderem auch mit mir und haben auch selber die fünfmal den Weltmeistertitel gewonnen, weil sie wirklich sehr talentiert sind und sehr fleißig sind. Ja, die haben das wirklich verdient. Fantastische Menschen auch. Als Mensch sind die auch ganz fantastisch und als Tänzer. Und davor gab es 73, 74, 75. Ich spreche von 1900. Ja, Hans-Peter und Ingeborg Fischer aus Innsbruck. Nee, aus Salzburg. Okay. Aus Salzburg. So, die waren Weltmeister der Profis mal. So, aber die haben in England gelebt. Da musste man damals wohnen, weil die besten Trainer lebten damals in England. Okay. Und danach kam gar nichts mehr in Österreich. Und jetzt haben wir auch nichts mehr in Österreich, außer Wadim und Katrin. Und die tanzen jetzt nicht mehr aktive Turniere. Aber wir haben die Bälle, wo auch Menschen hingehen. Wie ich nicht tanzen könnte. Aber ich habe das erste Mal, wo ich in Wien war, beim Ball von einer Tanzschule, wo ich eingeladen war, noch lange vor Dancing Stars. Mhm. Da war ich da. Da kamen die ganzen jungen Männer, alle, alle mit Frecken. Ja? Mit der Träume von. Ja, also bestimmt geliehen, wie man mir dann auch erzählte. Ja, aber schon doch schon. So was gibt es in Deutschland gar nicht. So ein Fragkleidding. Gibt es nicht? Nein. Okay. Du kannst froh sein in Deutschland, wenn du einen Ball machst, wenn du eine große Schule hast, kannst du ja auch eine Tanzschule machen. Ich hatte eine sehr große Schule in Berlin. Du kannst froh sein, wenn die nicht in Jeans kommt. Da kannst du froh sein. Ja? Und dann haben die aber irgendeine helle Jacke an und eine Hose, die nicht dazu passt oder irgendwas. Dabei sieht man so toll im Frag aus. Ja, sicher. Aber das ist keine deutsche Kultur und das ist bei den Deutschen nicht drin. Und die kannst du da reinquälen. Die Usche schreibt auch, für Sie ist der schönste Tanz der Wiener Walzer. Was ist denn dein schönster Tanz? Mein Lieblingstanz ist der Swing Jive. Also die Swing-Version vom Jive. Also Swing-Musik oder Slow Foxtrot. Also Swing. Auch Rumba-sicher und Samba-sicher auch gerne. Aber ich bin ein absoluter Jazz-Fan und Swing-Fan und die Swing-Tänze sind eben im Tanz-Turnier-Bereich eben Jive in Lateinamerikanisch-Tänze und Slow Foxtrot-Quick-Step in den Standard-Tänzen. Also die Swing-Tänze. Okay. Also wo man so Schritte, ja. Swing-Musik. Afro-American-Music. Okay. Von der Bass, von Grund her. Swing-Musik. Linksweizer, schreibt der Martin. Linksrum, ja. Geht rechtsrum und linksrum. Ja. Beides gleich schwer, leicht. Linksrum ist, also alles was rechtsrum ist, ist immer einfacher als linksrum. Ach so. Das ist irgendwie vom menschlichen, weiß ich wie das da ist, der Gleichgewichtssinn oder wie auch immer. Rechtsrum drehen ist einfacher als linksrum. I don't know why, but it is true. Auch auf einer Straße gehen die Leute lieber auf der rechten Seite in den Schaufenzern als auf der linken Seite. Ah ja. Du gehst ja mal auf der rechten Seite, ich geh auf dem Kudat mal noch auf der rechten Seite. Also in der Pondowelt, wo ich da komme, ja. Und drehen nach links ist schwieriger, ja. Okay. Ich war ja dieses Jahr am Opernball. Ja, ich weiß. Das erste Mal. Hab die schönen Fotos gesehen, auch mit deinem kleinen Tellerchen, wo du standst. Du fandest ganz süß, wo du deinem Tellerchen gezweigst hast. Das Tellerchen. Mit ihrem feinen Tellerchen steht sie da. Und da war die Conny Kreuter, die ja die Choreografin von... Die Conny Kreuter, ja. Genau. Vom österreichischen Dancing Stars ist. Und da hat die mit mir einen Weizer getanzt. Da habe ich es wirklich gekonnt, weil die hat mich so mitgerissen. Ja, die kann ich führen, ja. Die kann richtig führen. Und ist ja auch eine resolute Person. Also da bin ich... Da konnte ich gar nicht anders als mit tanzen, ne? Ja, ja, ja. Wir bekommen von Bernhard schöne Grüße. Die Uschi zeigt, hat lauter... Der Bernhard. Hallo Bernhard. Ja, dann... Also tanzen ist schon Lebensfreude auch, oder? Ja, sicher. Sicher. Also, wenn du gerne für dich selbst tanzt. Wir waren ja auf der Ibiza-Party letztes Jahr, da haben wir ja getanzt. Wenn sie mir mein Handy nicht geklaut hätten, wo ich dann etwas genervt war. Aber dann habe ich es ja wieder gekriegt, dann war ich wieder besser. Da haben wir auch Spaß getanzt. Ja. Das war was anderes. Das kann ich auch noch. So, das ist klar. Bringen. Aber sonst ist schon... Bei mir war es ja mehr eine Show. Ja. Also dann mehr... Also macht aber genauso viel Spaß. Oder dir zumindest. Ja. Ja, ja. Also die Show macht ja mehr Spaß. Die Show macht mehr Spaß. Ich bin schon so eine Rampensau. Also ich bin schon jemand, der gern... War ich schon immer. Ich rede gerne, ich tanze gerne, ich erzähle gerne. Ich bin ja auch Mitglied einer politischen Partei. Und da hat man mir immer gesagt, warum gehst du nicht in die... Also ein hoher Politiker damals. Der hat... Den Kahn habe ich kennengelernt im Sportstudio, weil der immer bei mir gegenüber saß. Weil ich immer ganz früh um sechs Uhr morgens zum Fitness gegangen bin. Und er auch. Und ich bin dann irgendwo hingefahren und geflogen und er musste in den Bundestag. Und er sagte mir, warum gehst du nicht mal in die Politik und so. Und so. Ja. Und ich sagte, ja, eigentlich richtig. Aber irgendwie haben die mich nie gelassen. Also ich hatte immer wieder so viel zu tun und habe es dann immer nie geschafft. Weißt du? Also tanzen tue ich nur vor dem Spiegel. Wie ich mir werbe. Nochmal. Tanzen tue ich nur vor dem Spiegel. Ach du tanzt vor dem Spiegel? Ja. Ja, machen die meisten Frauen. Magst du das auch? Also eher im Tanzsaal, wenn ich irgendwas probiere. Oder wenn ich irgendwas ausprobiere im Tanzsaal, dann tanze ich vor dem Spiegel, um was zu kontrollieren. Irgendwie. Aber ich stehe nicht zu Hause und tanze vor dem Spiegel. Ja, ich schon. Also so weit ist es nicht. Kann ja noch kommen. Also der Bernhard fragt, ob ich eine begnadete Dänzerin bin. Nein. Ich kann keinen einzigen Schritt. Also ich kann hüpfen, springen, aber ich kann keine Hälfte. Nein, wir haben noch nie zusammen getanzt. Wenn ich dich, glaube ich, mal führe. Ich glaube, du hast so eine koordinierte Bewegung. Das habe ich schon gesehen. Wenn du dich bewegst, bewegst du dich elegant und hast somit eine Koordination. Okay. Und das ist schon mal das Wichtigste. Da musst du ja nur die Schritte dazu lernen. Dann ist das ja schon alles wunderbar. Mit Martina Reuter haben wir ja hier auch getanzt. Ja. Hast du gesehen? Nein. Also wir haben nur so ein Video, ein kurzes gemacht. Achso. Ja. Ach doch, das habe ich gesehen. Ja. Das habe ich TikTok gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Ja, das sehe ich ja immer. Ich werde ja mit Martina Reuter geweckt. Ja. Jeden Morgen, weil ich habe mein Handy immer als Wecker. Und dann klingelt das irgendwann. Das meiste mal so halb sechs, halb sieben. Ich bin Frühaufsteher. Oder muss dann irgendwo hinfahren, fliegen oder was. Und dann mache ich an, dann gehst du automatisch irgendwie auf Instagram, weil da drei Nummern sind, dass da irgendwer, was der macht oder was. Und dann, wer kommt, Martina Reuter und stammt und macht und springt und hier und da. Und sie ist die Martina, liebe ich. Sie ist ein Punz, man kann schlecht sagen, Punz, Kerl, weil es ja männlich ist. Aber sie ist so eine, so ein Original. Ja, die ist so echt und die ist auch ehrlich und die ist auch herzlich. Und die ist, also genau mein Geschmack. Du hast, ich war ja bei deiner Buchpräsentation dabei und da hast du sowas gezeigt, was jeder kann, den Tanz, wie geht der schnell? Ja, das war Bala Bala. Ja, Bala Bala. Oh Baby Baby Bala. Das können wir vielleicht alle machen, oder? Alle machen? Zum Schluss. Mit dem Publikum, im Fernsehen. Ja, vielleicht könnt ihr mitmachen. Der Song geht. Oh Baby Baby Bala Bala. Mhm. Da, 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 da. Ja, wir haben immer gesungen, die Bundeswehr, die hat einen Knaller. Wir als Kinder haben immer gesungen. Okay. Das Bundesheer könnte man hier sagen. Ja. Aber die Leute den nicht österreichisch beleidigen. Nein. Also das geht, oh Baby Baby Bala Bala, beim zweiten Mal, beim Bala Bala müssen wir klatschen. Okay. Oh Baby Baby Bala Bala. So sieht's aus. Ja, super. Bei dir schaut's gut aus, bei mir nicht. Naja, weil sie, ich hab's nicht gesehen. Ich hab immer nur auf dich geschaut und hab's nachgemacht. Ja, na gut. Das war doch gut. Das kann man wirklich. Ja, aber das ist ein Stuhltanz. Das haben wir als Kind, das war das Erste, was ich gelernt habe. Als Kind mit Frau Keller, meine Tanzlehrerin, und wir haben die da gemacht. Und alle als Kinder getanzt und sie oben auf der Bühne auf dem Podium mit der Diskothek. Und die Eltern saßen an Tischen und Stühlen der Tanzschule und haben mitgemacht. Auf dem Stuhl. Okay. Ja, sitzend. Hallo Timo. Ist nicht der Timo, ist der Tirk. Dass du auch dabei bist. Ah, der Timo ist auch dabei. So ist das gemein. Ja, also wir haben schon einige Zuseher, die das auch gut finden. Die das auch gut finden, was ich erzähle. Den Tant, den Tant. Achso, das ist doch der gut. Ja. Ja, genau. Das könnt ihr ja nochmal machen. Mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und von vorne. Ja. Ja. Und das ist ja auch ein Lied, das kennt jeder, oder? Ja. Baby, 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 Balle, Balle, Balle war Ende der 60er ein Riesenhit, von einer deutschen Gruppe übrigens. Ja, ja. Und wir waren englisch gesungen, aber in einer deutschen Gruppe. Und das war bei der... Also das kennt jeder unserer Generation, sagen wir es mal. Aber das kennt auch jeder andere, irgendwie Baby, Baby, Balle, Balle, Balle lief irgendwie auch in Werbung oder in irgendwas, ne? Ist so ein Lied, was man kennt. Ja, das stimmt. Also so hat es begonnen und dann ist eine Weltkarriere da geworden. Ja, das ging ja bis ans Ende der Welt. Also ich habe alles gesehen. Da bin ich sehr dankbar, dass ich durch meinen Beruf die ganze Welt kennenlernen konnte. Das ist wirklich schön. Ich habe zwar sehr viel gearbeitet überall, aber konnte auch viel kennenlernen, Menschen kennenlernen, politische Systeme kennenlernen, sehr interessante Sachen kennenlernen, positiver Natur, negativer Natur. Aber es war sehr erfüllt. Also ich habe eigentlich, ich muss nicht mehr viel verreißen. Ich muss eigentlich nur noch dahin, wo es warm ist, um da zu sitzen, aber ich muss mir keine Seelswürdigkeit mehr angucken. Vielleicht mal in Ägypten. Da war ich noch nicht. Da gibt es ja auch kein Turniertanz, aber sonst brauche ich eigentlich nicht mehr groß. Jetzt sagen, in das Land musst du da unbedingt, da warst du noch nicht und so. Ich war da überall. Ja, also ein sehr bewegtes Leben. Oh ja. Und immer noch. Ich meine, ich lebe ja noch. Ja, ja. Und ich mache ja auch noch was. Ja, ja. Und ich will ja auch noch weitermachen und will noch was anderes machen. Ich habe doch gerade so Ideen. Also, ja. Also wir bekommen ganz viel Dank für die kurzweilige Stunde, weil das so schnell vergangen ist. Ist der Stunde zu Ende, ja? Naja, wir sind fast am Ende. Die Zeit, die rennt immer, ja. Ja, ja, ja. Wir sind fast am Ende. Ja, die Zeit rennt leider. Die Uhr tickt. Ich hatte ja gerade Geburtstag. Wie die Zuschauer mir gratuliert haben. Schönen Dank nochmal. Aber die Uhr tickt, das ist natürlich so ein Geburtstag, ne? Ja. Und hast du Angst vorm Altwerden? Nee. Naja. Eigentlich nicht. Aber die Uhr tickt. Also man weiß, man hat nicht mehr so viel Zeit. Ja. Früher hat man nicht mehr dran gedacht. Ja, und jetzt weiß man, was macht man denn jetzt noch so? Aber dann ist ja gut, wenn man noch immer viel Bewegung, also nicht nur geistige, sondern auch körperliche hat. Wenn du trainierst und noch immer, ja. Das wird sich ja gut helfen, ja. Also ich hoffe jedenfalls, dass ich nächstes Jahr zu Dancing Stars komme und dass du mich trainierst. Ja, ich trainiere, gebe dir gerne Tipps. In der Sendung will ich nicht sitzen, aber ich kann dir ja Tipps geben, ne? Ja, vielleicht kommst du ja zu, ich wünsche das. Ich bleib dran. Hoffentlich sind die Juroren, die keine Juroren sind, dann gnädig, ne? Weil sie keine Juroren sind, die ja Tantschuhbesitzer. Ja, genau. Wollen wir es doch mal wiederholen. Ja. Mir ist eigentlich so egal, weißt du? Also die ganze Sendung da, das ist mir wurscht. Ja, ich hab da, sollen sie machen, was sie wollen. Wenn die Österreicher das so schön finden, wenn man ihnen das erzählen kann und die das glauben, was der Sender ihnen erzählt, naja, dann soll es ja sein. Das wissen halt nicht alle. Ja, nein. Genau Bescheid, ne? Genau. Ja. Also zum Schluss nochmal, wenn du heute oder auch bis am Samstag um 19 Uhr. Genau. Es gibt einen Code Dirk23, ja? Und wenn du den in den Warnkorb gibst, dann bekommst du alle Armbänder minus 25 Prozent bis am Samstag um 19 Uhr. Versandkostenfrei. Und jetzt ist unsere Stunde Dirk23. Und dann heiße ich Dirk62. Oder wie ist das dann? Ja. Jetzt ist unsere Stunde schon zu Ende, lieber Dirk. Aber war sehr viel Spaß gemacht. Ja, hat es wirklich mich auch wieder wach gemacht heute. Ja, ja. War schon ein langer Tag heute. War ein harter Tag heute, ja. Also wir wünschen euch vielleicht, dass die Kamera noch auf uns beide geht, dass wir uns schön verabschieden können von uns. Also wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Donnerstag. Da gibt es dann wieder eine Live-Shopping-Sendung. Freue mich natürlich auch, wenn ihr da dabei sitzt. Da gibt es die neue Kollektion für den Mai. Und ja, wünschen euch einen schönen Abend. Bussi. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.